Weihnachten und die Welt gerät aus den Fugen. Wir stehen heute hier, weil wir Solidarität zeigen möchten. Für alle Gewaltübergriffe, aber insbesondere den schrecklichsten Vorfällen vom letzten Wochenende in Ägypten. Die Videos, die wir alle sehen konnten, haben uns zu tief bestürzt. Alle, die ich kenne, hatten die Tränen in den Augen stehen. Es kann doch nicht sein, dass wir alle einfach so darüber hinweg gucken und uns gegenseitig Geschenke kaufen, ohne Mitgefühl. Warum sind wir so wenige heute? Leute, ihr müsst euch solidarisieren. Die Welt wird sich verändern. Seid ein Teil davon. Frieden überall. Dankeschön. Vielen Dank.